Sie ist das Nesthäkchen in der Familie Beckham, die siebenjährige Harper. Kein Wunder, dass die süße kleine Britin von allen Seiten umgarnt wird. Schließlich ist sie das einzige Mädchen, der insgesamt vier Kinder von Victoria und David. Hier ein Küsschen von Papa, da auf Kuschelkurs mit ihrem großen Bruder Brooklyn. Doch das hübsche Mädchen kann auch richtig anpacken. Das zeigt Mama Victoria jüngst in einer Instagram-Story. Harper mit der Mistgabel im Pferdestall, schwer am Schuften, das ist ja so gar nicht Beckham-like, oder? Schön zu sehen, dass auch Rommikinder ganz normal und bodenständig mit anpacken müssen. Mama Victoria hingegen schaut wohl lieber zu. Nach getaner Arbeit durfte Harper sich noch an Mamas Arm als Tätowiererin austoben. Und selbst trägt sie auch eine witzige Bemalung in Form eines Diamanten mit zwei Flügeln am Oberarm. Das perfekte Motiv für die Tochter von Posh Spice. formal und Posh Spice. So, wir können sich auflösen. So, wir brauchen schon, bis zum Tätowiermän jetzt zu verbrechen. So, ich würde dich abrösen. Noch ein paar Monate, in der Zeitung war etwas mal gar nicht mehr mit. So, wir können uns da, in der Zeitung über die Zeitung schließen. Untertitelung des ZDF, 2020